Das Evangelium nach Lukas, zumeist als Lukas-Evangelium oder kurz als Lukas bezeichnet, ist das dritte Buch des Neuen Testaments in der christlichen Bibel. Es behandelt das Leben Jesu von dessen Geburt bis zur Himmelfahrt. Seit dem Mittelalter wird Lukas in 24 Kapitel unterteilt, während die anderen kanonischen Evangelien in sich abgeschlossene Schriften sind. Handelt es sich bei Lukas um den ersten Bent des sogenannten lukanischen Doppelwerkes. Das Evangelium und die Apostelgeschichte bilden formal und inhaltlich eine Einheit. Da das Lukas, das Matthäus und das Markus-Evangelium viele Ähnlichkeiten und Übereinstimmungen im Textbestand aufweisen, die man in einer Zusammenschau darstellen kann, werden diese drei Evangelien als synoptische Evangelien bezeichnet. Verfasser, der Überlieferung nach war Lukas Grieche, wurde im syrischen Antiochia geboren und gehörte dort zu den ersten Heidenchristen, die Paulus im Jahre 40 missionierte. Es heißt, er habe Paulus auf seiner zweiten Missionsreise im Jahre 51 nach Makedonien und Griechenland begleitet und einige Zeit bei der Christengemeinde in Philippi gelebt. Etwas später sei er Paulus nach Jerusalem und Rom gefolgt, habe nach Paulus' Tod aber wieder in Griechenland gelebt. Dort habe er sein Evangelium und sein zweites Werk, die Apostelgeschichte, geschrieben. Im Alter von 84 Jahren sei er in Achaie, Beotien gestorben. Als erster hat wohl Irenaeus von Lyon in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts nach dem Autor des heute sogenannten Lukas-Evangeliums geforscht. Und dabei auch an Lukas, den Freund und Reisebegleiter des Apostels Paulus, gedacht. Als solcher wird Lukas in drei paulinischen Briefen erwähnt. PHL M 1,23-24 EU Epaphras lässt sich grüßen, der hier mit mir für Jesus Christus im Gefängnis sitzt. Ebenso grüßen meine Mitarbeiter Markus Aristar, Demas und Lukas. Kohl 4,14 EU Es grüßen euch unser lieber Lukas, der Arzt und Demas. Nur Lukas ist noch bei mir. Bring Markus mit, denn er wird mir ein guter Helfer sein. Manche vermuten auch hinter einer vierten Paulus-Stelle, 2 Chor 8,18 EU, mit ihm schicke ich den Bruder. Der wegen seines Wirkens für die gute Nachricht bei allen Gemeinden in hohem Ansehen steht, den Evangelisten Lukas. In der Apostelgeschichte weist für Irenaeus eine Passage aus der Reise des Paulus von Troas nach Philippi auf Lukas als Reisebegleiter hin APG 16. 1,0,1,1 EU Wir fuhren von Troas auf dem kürzesten Weg zur Insel Samutrake und am zweiten Tag erreichten wir Neapolis. Der Autor wechselt hier zur Wir-Form, bezieht sich also in die Gesellschaft des Paulus ein. In Kohl 4,14 wird Lukas als Arzt bezeichnet. Da der Autor des Lukas-Evangeliums vor allem die Heilungsgeschichten von Jesus Christus beschreibt, kann man das Evangelium so lesen, dass es dem Autor nicht um Belehrungen, sondern um die Kunst des gesunden Lebens geht. Die Kunst des gesunden Lebens war für antike Ärzte wohl eine der wichtigsten Aufgaben. Jesus wird im Evangelium als Anführer der Kunst des gesunden Lebens dargestellt. Schlussfolgerung Man erlange das gesunde Leben aus dem Glauben an Jesus Christus. Eine spätere Darstellung zeigt Lukas als Maler. Die malerische Sprache des Verfassers sollte diese Behauptung bestärken. Als Beleg wurde beispielsweise das Hüpfen des Johannes im Mutterleib angeführt. Ebenso soll das erste Marienbildnis aus der künstlerischen Hand des HL Evangelisten Lukas stammen. Wahrscheinlich stammt diese Zuschreibung aus der besonderen Marienbeziehung des Schriftstellers, die auch im Evangelium deutlich wird. Eine Namensangabe in den Überschriften des Evangeliums findet man erst im 2. Jahrhundert. Allerdings findet man die ältesten Handschriften erst im 2. Jahrhundert. So bringt bereits das älteste umfangreiche Manuskript für das Lukas-Evangelium, der Papyrus P. Display-Style, Meth-Freq, P. 75. Die Subskription nach Lukas. Jenes deutet darauf hin, dass die Überschrift wohl im Rahmen der Kanonisierung zur Unterscheidung der Evangelien vorangestellt wurde. Aus diesem folgt, dass das Evangelium zunächst anonym überliefert wurde. Zwar wendet sich der Autor im Vorwort persönlich an den Leser, eine Vorstellung unternimmt der Autor allerdings nicht. Auch die Anrede erlauchter Theophilus lässt sich nicht etwa mit einer Anrede, lieber Leser, gleichsetzen. Theophilus bedeutet so viel wie, der Gott liebt. Andere Forschungen sehen in Theophilus auch einen römischen Beamten, was vor allem mit der förmlichen Anrede begründet wird. Falls es zwischen Paulus und dem Autor des Evangeliums eine enge Beziehung gab, so wirkte sich diese kaum theologisch auf das Lukas-Evangelium aus. Außerdem werden die Darstellung des Paulus-Wirkens und das Persönlichkeitsbild der Paulus-Briefe einerseits und der Apostelgeschichte andererseits oft als stark unterschiedlich eingeschätzt. Darin wird dann ein Argument gegen die Autorschaft eines Apostelschülers Lukas gesehen. Und die Namensangabe Lukas als das älteste religiös bedingte Kognom eingeschätzt. Eine andere Einschätzung vertreten mehrere Theologen vor allem im angelsächsischen Sprachraum. Sie gehen durchaus davon aus, dass Lukas der Freund des Apostels und der Verfasser des dritten Evangeliums war. Als Argument dafür wird vorgebracht, dass der Titel Evangelium nach Lukas von Anfang an vorhanden war. In der Wissenschaft werden von verschiedenen Forschern beide Thesen als mögliche vertreten. Mit absoluter Sicherheit kann man keiner beipflichten. Datierung Unter historisch-kritischen Neu-Testamentlern dominiert eine Spätdatierung der Entstehung des Lukas-Evangeliums in der Zeit zwischen etwa 70 und 90. N-C-H-R Während Konservative zu einer mittleren Datierung um 60 nach Christus tendieren. Eine Frühdatierung auf die Jahrzehnte unmittelbar nach dem Wirken Jesu wird dagegen kaum vertreten. Spätdatierung um 80 nach Christus Eine Datierung zwischen 70 und 90 hält Kümmel in seiner verbreiteten Entee-Einleitung für wahrscheinlich. Dabei wird die Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 als frühestmöglicher Zeitpunkt angenommen. Weil, so die Meinung, der Verfasser bereits darauf zurückblickt. Die Festlegung des spätestmöglichen Zeitpunktes ist weniger klar. Das Verhältnis von Kirche und Staat erscheint dem Evangelisten unproblematisch. Demnach dürfte ihm die Christenverfolgung unter Domitian noch nicht bekannt gewesen sein. Lukas blickt wohl schon auf den Tod des Paulus zurück und kennt offenbar die Sammlung der Paulusbriefe nicht, die etwa um 100 N-C-H-R Verbreitung fand. Eine sichere obere Grenze bildet die Didache, die sich in 1,4 auf die lukanische Feldrede bezieht. Die Entstehung der Didache wird jedoch auch nur in einem Zeitraum zwischen ca. 100 und 150 vermutet. Konkret meint Peter Pillhofer, dass Lukas noch am Ende seines Doppelwerkes davon ausgehe, ein friedliches Leben der Christen unter Duldung der römischen Behörden sei möglich gewesen. Darauf deuten auch die lukanische Erzählversion des Hauptmannes von Kaffanaum sowie die Erzählung vom Centurio Cornelius in der Apostelgeschichte. Punkt. Eine solche friedliche Koexistenz sei jedoch Pillhofer zufolge erst seit der Herrschaft Trajans endgültig ausgeschlossen gewesen. Zu seiner Zeit war das Verhältnis zwischen christlichen Gemeinden und römischen Behörden irreparabel. Denn das Christsein als solches war ein mit der Todesstrafe bewährtes Verbrechen. Demnach müsste die Wirkungszeit des Lukas am Ende des 1. Jahrhunderts anzusiedeln sein. Mittlere Datierung um 60 n. Chr. Mehrere konservative Neu-Testamentler datieren das Evangelium auf ungefähr 60 n. Chr., so erläutert in NT-Einleitungen und ähnlichen Überblickswerken. Von Carsten und M. O. Klaus Berger, John A. T. Robinson, Gerhard Hörster, Erich Mauerhofer oder Kalliaros. Schon Adolf von Harnack hatte diese Ansicht vertreten. Die Zerstörung Jerusalems und seines Tempels stehen demnach während der Abfassung dieses Evangeliums noch bevor. Die Zerstörungsweissagungen Jesu stimmen mit den Geschehnissen um 70 n. Chr. Nicht besonders genau überein, also wirkt es nicht so. Als hätte der Autor diese Zerstörungsworte Jesus im Rückblick auf die Geschehnisse in den Mund gelegt. Auch Indizien dafür, dass der Großteil der Arbeit am Doppelwerk während der Gefangenschaft des Paulus in Caesarea geleistet wurde. Also um 60 n. Chr. werden hier angeführt. Außerdem fehlt in der Apostelgeschichte jeder Hinweis auf die Ermordung von Jakobus im Jahre 62 sowie von Petrus und Paulus im Zuge der Neuronischen Christenverfolgung etwa 64-67 n. Chr. Der Tod dieser drei wichtigsten Persönlichkeiten der Urgemeinde wären für das Thema der Apostelgeschichte eigentlich wichtig. Dagegen wird der Märtyrer-Tod des weniger bekannten Stepanus ausführlich geschildert. Aus solchen Gründen plädiert ein Teil der Theologen für eine Datierung der Apostelgeschichte um 62 n. Chr. und des Lukas-Evangeliums als erstem Teil des lukanischen Doppelwerkes um 60 n. Chr. Text Das Lukas-Evangelium ist wie alle Schriften des Neuen Testaments in der griechischen Gemeinsprache der Zeit der Keune verfasst. Dabei fällt auf, dass der Autor teilweise einen sehr ausgefeilten Sprachstil pflegt, der dem klassischen Griechisch nahe kommt und sich an die Septuaginta anlehnt. Die ältesten handschriftlichen Textzeugen sind die Papyri P. Displaystyle Mathfrec P75 und P. Displaystyle Mathfrec P4. Die Handschrift P. Displaystyle Mathfrec P75 enthält LK 3 bis 18, 22 bis 24 und damit ca. 80% des Gesamttextes. Seine Entstehung wird etwa auf den Zeitraum zwischen 175 und 225 geschätzt. Ebenfalls aus dem ausgehenden 2. JHDT bis Anfang des 3. JHDTS stammt P. Displaystyle Mathfrec P4, der lediglich die Kapitel 1 bis 6 enthält. Die ältesten Handschriften mit dem Gesamttext sind die beiden großen Kordizes Sinaiticus und Vatikanus aus der ersten Hälfte des 4. JHDTS. Besonderheiten des Lukas-Evangeliums Martin Dibelius hat den Lukas-Evangelisten als den ersten christlichen Historiker bezeichnet. Die seit langem erkannte Nähe des Lukas-Evangeliums zu Gepflogenheiten der hellenistischen Historiografie findet ihren literarischen Niederschlag. Bereits in dem Vorwort. Das Lukas-Evangelium ist so insbesondere das erste Evangelium, dass die verzögerte Wiederkehr Christi, die sogenannte Parousie-Verzögerung, Berücksichtigt. Mk 1,15 EU Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, ist gestrichen. Lk 21,8 EU warnt vor denen, die sagen, das Ende sei nahe. Der zentrale Inhalt der Botschaft Jesu, das Kommen des Reiches Gottes wird zwar beibehalten, Aber durch die besondere lukanische Darlegung wird die Erwartung des Gottesreiches von der Terminfrage gelöst, denn es gehe um das Wesen des Gottesreiches vielmehr denn um sein baldiges Kommen. Dem entspricht der im lukanischen Doppelwerk erkennbare Versuch den Ablauf der Heilsgeschichte dreifach zu gliedern. Die Zeit Israels des Gesetzes und der Propheten bis zu Johannes dem Täufer. Die Zeit Jesu als die Mitte der Zeit. Die Zeit zwischen Himmelfahrt und Parousie Inhalt und Theologie Überblick Poemium Die Vorgeschichte 3,1-4,13 Erste Teil Jesu wirken in Galiläa 4,14-9,50 UR Antrittspredigt in Nazareth Berufung der Jünger Streitgespräche Feldrede Wunder Worte über den Täufer Begegnung mit der Sünderin Gleichnisse und Wunder Die Aussendung der 12 9,1-10 2 Teil Auf dem Weg nach Jerusalem 9,51-19,27 Aussendung der 70 Gleichnisse vom Verlorenen Zum Thema Reichtum Jünger Unterweisung 17,3 Teil In Jerusalem 19,28-24,53 Jesu messianisches Handeln Die eschatologische Rede Die Passion Verkündigung der Auferweckung Erscheinungen Himmelfahrt 24,50-53 Lukas bietet Narrativ-Theologie Das heißt, er betreibt Theologie, indem er erzählt, statt zu spekulieren Er setzt das christliche Glaubensbekenntnis erzählerisch um und beginnt seine Erzählung vom Geheimnis der Gottessundschaft mit einer Beschreibung Der Geburt Jesu Gerade in der Kindheitsgeschichte zeigt sich die erzählerische Qualität des Lukas Seine Quellen sind kunstvoll geordnet, so hat Lukas die Geburtsgeschichte des Johannes mit der von Jesus verzahnt und so angeordnet Dass Johannes ganz auf Jesus ausgerichtet ist und auf ihn hinweist Daraus geht erzählerisch hervor, dass Jesus Johannes überflügelt Johannes predigt das Gericht und ruft zur Umkehr auf, während Jesus die gute Nachricht von der Gnade Gottes verkündet Hier hat Lukas zwei Doppelbilder gemalt Das eine zeigt die Geburtsankündigungen, das zweite die Geburten Nach beiden Bildern findet man Meditationen über das Geschehene Der Ankündigung der Geburten folgt der Besuch Marias bei Elisabeth, die Verzahnung der beiden Erzählungen Auf die Geburt Jesu folgt das Zeugnis von Simeon und Hannah über Jesus und die Geschichte vom Zwölfjährigen im Tempel Diese Bilder zeigen das Geheimnis des Kindes, welches im Christentum als Göttlichkeit eben dieses Kindes interpretiert wird In der kirchlichen Tradition wurde Lukas auch als Arzt gesehen, weil er die ärztliche Sprache beherrscht hätte In keinem anderen Evangelium kommen so häufig die Wörter heilen und gesund machen vor wie bei Lukas Jesus ist für ihn der Mensch der Heil und Heilung bringt Heilung bedeutet für Lukas die Herstellung des ganzen Menschen in seiner Würde und Harmonie Dies wird insbesondere an den Heilungsgeschichten deutlich, die nur Lukas überliefert Die des Wassersüchtigen und die der gekrümmten Frau Beide Heilungen finden am Sabbat statt, dem Tag, an dem sich Gott eigentlich von der Schöpfung aus ruht Jesus stellt also hier bildlich durch die Heilung die Schöpfung wieder her und vollendet das Werk des Vaters Lukas gibt nicht nur das therapeutische Wirken Jesu weiter, ebenso beschreibt er die Gleichnisse Jesu Ihm verdanken wir verschiedene Überlieferungen, die sich in den anderen Evangelien nicht finden Darunter die Gleichnisse vom barmherzigen Samariter Vom verlorenen Sohn, vom klugen Verwalter, vom Pharisäer und Zöllner Hier wird vor allem auffällig Wie Lukas Jesus während des Erzählens der Gleichnisse beschreibt und wie Jesus sich in den Gleichnissen selbst porträtiert In den lukanischen Sondergleichnissen benutzt der Autor einen typischen griechischen Stil Besonders auffällig ist hier der innere Monolog Ein Stilmittel, das auch in der antiken Romanliteratur und in griechischen Komödien zu finden ist Ebenso betont das Lukas-Evangelium die Gleichwertigkeit der Frauenwelt So gibt es neben dem Gleichnis vom verlorenen Schaf auch das Gleichnis von der verlorenen Drachme Lukas hat Jesus auch als Betenden beschrieben Er betet immer wieder vor wichtigen Entscheidungen und zieht sich immer wieder an stille Orte zurück, um zum Vater zu beten Man nimmt an, dass Lukas hier den Gläubigen den Weg und die Wichtigkeit des Betens nahe bringen will Lukas zeigt verschiedene Varianten des Gebetes, beispielsweise in Jesu Gebet vor der Taufe Jesu Gebet nach der Heilung der Aussätzigen und im Gebet vor der Wahl seiner Jünger Neben Markus erzählt auch Lukas nicht nur von der Auferstehung, sondern auch von der Himmelfahrt Jesu Nachdem er vom Himmel herabgestiegen sei, um die Wege der Menschen zu teilen, kehre Jesus nun in Tod und Himmelfahrt wieder in den Himmel zurück Wo er zur Rechten des Vaters sitze und für die Gläubigen eintrete Lukas vermittelt damit zwei Botschaften Jesus habe nicht im Tod bleiben können, da er von Gott erfüllt und dessen Sohn sei Zum anderen wird durch die Himmelfahrt und deren doppelte Beschreibung hier und in der Apostelgeschichte die Kontinuität des Wirkens Jesu zum Ausdruck gebracht Christus sendet in der Apostelgeschichte vom Himmel aus seinen Geist, der die Jünger antreibt Die Botschaft des Heils zu verkünden und den Menschen den Weg zum Leben zu zeigen Inhaltliche Schwerpunkte Weihnachten Passion Lobgesang der Maria Lobgesang des Simeon Lobgesang des Zacharias Lobgesang des Simeon Lobgesang des ARTE